1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 6. Willkommen zu einem neuen Part von League of Legends. Bei mir sind Sebastian und Daniel. Hallo. Servus. Ja und wir spielen die 3 gegen 3 Map hier im Rank-Cut. Ja, ich nehme auch auf. Ja. Ich spiele Gang Playing, Sebastian spielt Chen, Dani spielt wie? Boah! Der Timo geht auf AP. Achja. Insider! Boah! 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 Oh nö, P heir stance! Wieee! Wieee! ё- auf Eis, ist gut. Hey, Timo! Wieso geht der nur auf mich? Weil er das nicht mag. Ja, ich glaube auch. Schako ist auch da. Ne, wir haben Schako nicht gesehen, also scheiße. Deswegen wissen wir noch nicht, worauf der geht. Wenn der seine Puppen hochhaut, äh, baut, dann geht der auf AP. Ja. Ja, AP. Ich muss nur mal die Resistenz kaufen. Deswegen haben die sich Trash geholt mit ins Team, ja? Der ist Rüstung. Damit er die reinzieht. Ja, aber der ist auf Rüstung. Der geht auch auf AP-Tank, das heißt, die sind voll abgeholt. Obwohl ich hier Flash genommen habe, obwohl ich nicht mehr angriffen habe. Ja, Crash hat keinen... Ja, lol, ich stürme mich mit Level 1 an, ja? Und in den Flash. Probe kaputt machen. Bist du für Damage davon. Alter. Ey, die Kombos sind immer noch krass. Blitzcrank und... Jaco. Die doch immer. Ja, jetzt hat er auch seine Barriere benutzt. Wie schlecht. Er hat nichts mehr. Ja, das ist auch... Weißt du, was Hammer geil ist, Sebastian? Wir beide sind auf einer Late. Ja, wir nehmen beide auf. Genial. Da war echt die geilste Kamera, ja? Komm runter. Ja, soll APO nicht top gehen? Pass auf, da vorne ist so ein Teil. Boah, endlich kann ich nicht hoch. Das ist eine Puppe von Jaco. Ach, dann gehe ich halt wieder auf. Nee, ich warte. Wann kommen die Altäre? Jetzt. Ja, jetzt. Ich nehme unseren ein. Ja. Sind noch beide hier? Ja. Ja. Wir müssen erst mal was aufbauen, ja? Dann kriegen wir leider Timo und, ähm, wir waren noch dabei. Jaco, komm nach oben. Hm? Ich immer vergesse, wenn, ähm, wen man im Team hat, ja? Naja. Im gegnerischen Team eher. Ja, das ist irgendwie bei mir Angewohnheit. Geh dich mal auf. Boah, Hammer geil, Sebastian. Hm, ich schaue, wo immer noch es ist. Ähm. Ja. Ich, ich gehe da nicht in den Busch, kannst du vergessen, ja? Hm. Ich weiß auch warum. Hm, der Trash weiß nicht, dass die Lampe keinen Schaden macht. Ja, Hammer geil. Die hat sie nämlich gerade zu mir geworfen. Weiß wie die mir gerade auf den Piss gehen? Voll daneben geschissen. Wie, der Trash ist scheiße. Wie, die hier unten nerven mich. Boah. Und einfach die, eiskalt die Puppe wegschießen. Wie Jaco kommt ab. Nee. Nee, doch nicht. Der wurde... Der hat die Puppe hingestellt. Oh. Nee, kann er auch nicht. Der hat die gerade hier unten hingestellt. Äh. Was ist da los? Was ist da los? Und wieder hat es eine Lampe zu mir geoffen. Ich gehe mal back auf. Wer weiß. What the fuck? Wo stand deine Puppe? Auch da hinten? Ich hab die eben gar nicht gesehen! Ich geh mal eben zurück, ne? Mana holen uns doch Die holen sich jetzt ihren älter ... Oder unserem Na ja Wenn die nur unseren holen, sind die dumm Hat er... Nur da ist sie? Mhm Die muss jetzt? Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Was hab ich gehört? Einer rauscht voll. Ja, das ist Daniel. Ich hör das nicht auch. Aha. Das wird ja ne geile Aufnahme. Ja, ja, Timo. Ja, ja, Timo. Schocko fehlt. Heu? Da ist Schocko. Hier oben ist nicht eine Puppe drin, ne? Pff, dann ist er dumm. Boah! Schocko-Loder! Und die sind ganz sicher nicht abgelaufen, ne? Glaub ich nicht. Also die Minion haben da auch keine ausgelöst. Oh, ich hab grad voll die geile Legs hier. Boah. Obwohl ich mir... Obwohl ich bei 20 erfährst bin. ... 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